Erreingabe in die Mitte. Sie gehen dazwischen. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Und das war's in dieser Partie. Sie gewinnen das Turnier. Dazu können wir Sie natürlich beglückwünschen. Sie sind schon wirklich gut drauf. Die Form müsste sie halten. So, wir nehmen Aufstellung, Buschi, du sitzt noch. Wir können ein bisschen aufrecht sitzen. Wir haben auch die Krawatte. Wenn ich den Leuten beschreiben würde, wie du hier schon wieder stehst. Vom linken aus, rechten Bein und zurück. So wie die da auf dem Podium. So zappelt der Fuß hier in aller Ruhe. Ich sitze hier in aller Ruhe. Und dem Himmel ist Ja, Marc. So wie für die. Das ist natürlich ein Riesenerfolg. Und jetzt ist der große Moment endlich da. Da ist das Ding. Gratulation. Glückwunsch. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das ist, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann. Metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft. Die Schalker mit dem Tor. Setzt die Klasse durch. Gute Chance. Und Tor. Den macht er. Aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Gute Aktion. Trifft er. Ja. Trin. Tor. Er ist frei. Da kann was auswählen. Sie machen das Tor. Ein guter Block hier. Da kommt der Schuss. Sie treffen hier. Damit kommen sie ein wenig wieder ran. Tolles Drehblick. Da sind sie alle machtlos. Da ist das Tor. Eine super Parade. Verhindert das Tor. Tolle Szene. Extra lohnt. Tor. Und das zieht er ganz genau in den Pfosten und drin. Oh, er trifft die Latte. Oh, er trifft die Latte. Bekenntnis nicht bei der finosten Schönen, oder? Doch. Gehen. mosis.